Herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog, Leute. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich sehe total zerstört aus. Es war keine gute Nacht. Ich habe ultra die Nackenschmerzen. Das ist so schlimm. Ich kann meinen Nacken nicht heute halt so bewegen. Ich habe ihm schon so aus Spaß gesagt. Offensive side eye. Junge. Also in die Richtung geht es, aber ich merke schon, ich drehe meinen Körper so komisch. Aber das geht gar nicht. Das ist, ja. Deswegen sehe ich am Arsch aus, weil ich bin. Was wollen wir ändern? Es ist heute Sonntag und wir fahren gleich mit meinen Eltern und meiner Oma und meinem Opa ins Mono Rouge. Ich freue mich voll. Eigentlich wären wir nicht mitgekommen. Die Karten, die wir jetzt benutzen, wären eigentlich für meine andere Oma und meinem Opa. Aber ja, ich habe euch natürlich erzählt, dass meine Oma dieses Jahr verstorben ist. Und ja, mein Opa ist leider auch sehr dement und deswegen, für den wäre das mehr Stress, als dass es dem irgendwas bringen würde. Und deswegen haben meine Eltern gefragt, ob wir dann die Karten nehmen möchten. Und ja, deswegen kommen wir mit und ich freue mich auf jeden Fall. Also ich hatte sowieso überlegt, dass ich da gerne hin will. Und ja, deswegen komme ich jetzt mit. Und eigentlich hatte ich es vor, mich richtig, richtig schick zu machen. Ich wollte eigentlich dieses silberne Glitzerkleid anziehen, was ich auch an Silvester anhatte, falls ihr meine Vlogs gesehen habt und so. Das ist so ein Paillettenkleid, das war unnormal schön. Das Problem ist nur, dass wir danach einen Tisch reserviert haben in einem Brauhaus. Und das passt nicht so ganz, wenn ich da so voll aufgetakelt hinkomme. Deswegen weiß ich nicht, was ich machen soll oder ob ich mich noch umziehen soll. Deswegen weiß ich nicht, was ich genau machen soll. Aber ich wollte auf jeden Fall mir nochmal Locken machen mit diesen Heatas. Ich habe mir auch die Haare jetzt nicht gewaschen. Deswegen sind wir schon ein bisschen klatschig. Ich hoffe, dass das dann klappt. Und ja, wir müssen schon in so einer Stunde los. Wir gehen nämlich in die Nachmittagsvorstellung um 14.30 Uhr, nicht abends. So war das halt so spät mit dem Essen und so. Hättest du den Plan, wenn wir frühstücken. Also auf allem mache ich gerade Frühstück und ich mache mir schon mal die Locken wie kleines Haar. Und lasse das dann einfach in meinem Haar, während wir frühstücken. Und dann mache ich mich fertig. Und dann mache ich mich fertig. So, Friends, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Meine Haare sind natürlich nicht perfekt geworden. Es war so unordentlich mal wieder. Ich mache das immer alles auf den letzten Druck. Das macht mich so krass. Ja, aber ich bin trotzdem zufrieden. Ich habe auch heute auf jeden Fall meinen neuen Schmuck an, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ich finde, das sieht richtig nice aus mit der Kette und so schwarz. Und ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich bin all black heute. Ich zeige euch gleich mein Outfit. So, Friends, ich wollte euch noch kurz mein Outfit zeigen. Ich habe alles in schwarz an. Die Stiefel in schwarz und den pinken Blazer. Und ja, ich denke, so kann man gehen. Fürs Brauhaus ist es ein bisschen too much. Aber egal. Let's go. Freunde, wir sind da. Hier ist direkt der Bahnhof und da ist dieses Musical Hall oder so heißt die. I don't know. Steht schon unter den Ruf. Müssen wir jetzt noch ein Ticket ziehen. Ja, wir müssen uns ein bisschen ein. Es geht drei Stunden. Also bis 17 Uhr? 17.30 Uhr. Junge, wir sind einfach schon bei 17.50 Uhr. Alter, was? Ja. Leute, einfach der Parkort-Normat bei einem Schrott. Und jetzt muss ich frei bei anderen Parkort suchen. Ah, ich sehe ihn. Das ist ein Dreckswetter. Wir sind jetzt da. Es sieht so schön hier aus. Richtig edel. Die erste Hälfte ist jetzt vorbei. Und jetzt haben wir Pause. Ich wollte jetzt Cola und Wasser holen. Oder was anderes. Ich bin auch... Ja, natürlich. Ich glaube, ich würde auch eine Cola nehmen. Ich habe Cola, Wasser, sonst was, Champagner. Ich nehme doch ein Moet. Nein, ich bin auch für eine Cola. Okay. Und... Willst du was? Wollen wir uns eine Käsebrüche treiben? Nein. Oh, Scheiße. Das ist ein Käsebrätsel. Hast du Bock auf eine Käsebrätsel? Nee, ich nicht, aber... Nee, dann wäre es ein Eglas. Stimmt. Nee, kannst du haben. Nee, nee. Das geht zu deinem Loko. Ja. Wie findest du es, Schatz? Du hast aber es zum ersten Mal gemacht, ne? Ja, ein Musical ist zum ersten Mal für mich, ja. Und, wie findest du es? Ich fühle mich wie im Film. Echt? Ja. Warum? Aber das ist einfach so... Aber magst du es, oder? Ja, ich fühle mich wie bei Highstream Musical. Also, ich fand es auf jeden Fall sehr nice bis jetzt. Meine Eltern sind nicht so Musical-Fans, aber ich muss sagen, ich find's eigentlich voll nice. Also, es ist am Anfang immer ein bisschen cringe, weil man es sich gewohnt ist, dass jemand so gespielt singt, aber... Ich dachte, das ist ein Playback, aber die singen live. Die singen unnormal krass, ja. Also, ich, ich find's geil. Sieht einfach so krass aus, Leute. Ich werde dich das mal an. So ein schönes... Also, nicht nur Blumenbild, sondern die ganze Halle. Soll ich schon vloggen? Ich weiß nicht, ich vergesse es. Sie meint die Lautergart zu mir, ob sie auch von mir hier im Wald machen möchte. Ja klar, damit ich auch so schütten sitze. Ich hätte gern so eine Flasche in zu Hause. Kannst kaufen. Ey. Ich wirf jetzt deine Kamera weg. Die Frage, wo meine Eltern... Wir haben heute Friday. Die letzten Tage waren wirklich irgendwie komisch. Leute, ich hab meine Tage bekommen und manchmal, wenn ich meine Tage hab, dann... Also, ihr kennt das ja, dann geht's eigentlich gut, aber irgendwie... Ich weiß auch nicht. Mir ging's wirklich... Also, ich hab mich richtig komisch gefühlt. Ich hatte eine richtige Nervosität in mir die ganze Zeit. Immer noch ein bisschen. Ich hatte einfach gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Geschweige denn zu vloggen. Ich hab heute einen Termin. Ich muss mein Perso neu machen, Leute. Das ist so peinlich. Ich musste letztens so eine Web-Identifikation machen, um mich halt auszuweisen. Und dann hab ich das gemacht. Ihr kennt das vielleicht, wenn man mit so einem Kameramann redet. Man muss seinen Perso hin und her schwenken und so. Und dann haben wir das alles gemacht. Am Ende meinte er so, ja, ich kann das nicht identifizieren, weil der ist abgelaufen. Ich guck so drauf, ist einfach seit dem 31. Januar abgelaufen. Ich hab's einfach nicht gesehen. So peinlich. Und deswegen hab ich halt direkt einen Termin gemacht, um einen neuen zu beantragen. Und dann hab ich heute den Termin. Und ich musste, ähm, ein paar Bilder machen, Leute. Und die sind, also... Ich war in so einem Fotoautomat. Und ich hab so voll viel hintereinander immer versucht. Und irgendwann meinte dieser Fotoapparat, jetzt ist der letzte Jahr versucht. Und ich dachte so, fuck. Ich hab da schon 10 Auge reingeworfen. Das sind jetzt die Bilder. Fokussiert das? Also, ich hab schon Schlimmeres gesehen. Aber wenn ich mir das genau angucke... Ist es so unsymmetrisch, Leute. Ich verstehe das. Wieso ist das immer so? Ich hab in diese Kamera geguckt und dachte mir so, boah, das Bild wird richtig snatchy. So wie von diesen ganzen TikTok-Videos, wo alle so voll schön Perso-Bilder haben. So hab ich mich in dieser Kamera gesehen. Da kommt dieses Bild raus und ich denk mir so, was zur Hölle? Man sieht meine Stirnfalten, meine Augenbrauen unsymmetrisch, mein Mund, alles unsymmetrisch. Aber es war mein letzter Versuch. Und dachte mir so, nee, ich schmeiß das nicht zu den Auge aus dem Fenster. So schlimm ist es jetzt nicht. Und ja, die nehm ich jetzt. Und dann muss ich auch direkt meinen Reisepass, hab ich auch dabei. Ich hatte mich ja letztes Jahr umgemeldet, dass ich nach Köln gezogen bin. Und hatte das aber noch nicht bei meinem Reisepass die Adresse geändert. Deswegen hab ich den jetzt mitgenommen, damit ich auch da direkt die Adresse ändere. Weil wenn man dann irgendwie reist und den braucht, dann wäre es halt schlecht, wenn man den nicht... Wenn das nicht... Jetzt bin ich wieder zurück von meinem Termin. Jetzt hat alles sehr schnell geklappt. Und ich muss jetzt drei bis vier Wochen warten, bis mein Peer so fertig ist. Dann kann ich ihn abholen. Ich mach mich jetzt auf jeden Fall fertig für die Arbeit. Weil ich hab euch gestern ein TikTok hochgeladen. Ich hab nämlich neue Produkte mir bei Sephora bestellt. Und hab so ein First-Impression-Video gemacht. Das habt ihr zum ersten Mal mit euch benutzt. Deswegen schaut da gerne mal auf TikTok vorbei. Tja, den Douglas und den Sephora-Gutschein. Und jetzt hab ich mir einmal von Rare Beauty diesen Highlighter geholt. Ich kann euch die Produkte gerne mal in der Infobox verlinken. Ich muss sagen, bei allen drei Produkten, die ich hier zeige, 20 von 10. Ich find alle richtig geil. Den hatte ich bei keinem vorher gesehen. Den hab ich mir einfach bestellt, weil der mich angesprochen hat. Und ich dachte mir so, für den Sommer ist das eine voll die krasse Farbe. Wenn man halt was gepointer ist, dann kann man das auch bestimmt so mit dem Körper tun. Wenn man so ein schönes Kleid hat oder so. Hab ich mir sehr schön vorgestellt. Und ja, der ist echt richtig nice. Der hat einen richtig schönen Glow. Dann hab ich mir noch von Rare Beauty den Blush bestellt. Den hab ich bei ganz vielen auf TikTok gesehen. Und wollte deswegen einfach mal aussprobieren. Das ist der hier. Ich hab mir den in der Farbe Happy geholt. Ich würde mir aber auch noch in anderen Farben holen. So feiere ich auch mega. Und dann hab ich auch einfach, weil es mich angesprochen hat und ich es mal ausprobieren wollte, von Fenty Beauty was bestellt. Das hab ich auch bei niemandem gesehen bis jetzt. Da muss ich sagen, die Verpackungen sprechen einen hier auch an, ne? Das ist die Farbe Retro Rose. So sieht das aus. Und das ist, also da war ich so krass überrascht. Wenn man das auf den Lippen hat. Das ist so weich. Und das gibt voll die Farbe ab, aber es ist ein richtig schöner Gloss. Aber nicht so, dass das klebt. Wisst ihr, was ich meine? Ich verlinke euch alle drei Produkte in der Infobox, dass ihr müsst das ausprobieren. Ich muss auch sagen, ich probiere so selten irgendwas aus. Weil ich bin immer so, ja, wenn ich was gefunden habe, womit ich so eigentlich zufrieden bin, dann teste ich halt wenig. Vor allem, weil die Sachen ja auch ein bisschen teurer sind, weil es ja keine Drogerie-Produkte sind. Aber in dem Fall hat sich jeder einzelne Cent gelohnt. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei in der Infobox. Ich hab die Sachen euch verlinkt. Freunde, das ist mein fertiger Look. Ich hab auch wieder meine neuen Produkte benutzt. Und ich finde, mein Make-up sieht richtig flawless aus. Das hat mich echt so richtig dazu gebracht, dass ich jetzt Bock hab, so mehr Make-up-Produkte auszuprobieren. Weil, keine Ahnung, man denkt immer, ja, man ist ja zufrieden. Aber dann probiert man irgendwas anderes und denkt so, oh mein Gott, hätte ich das mal vorher gewusst, dass das gibt. Ähm, ich muss jetzt auf jeden Fall schon wieder los zur Arbeit. Oh, Michi. Ui. Es ist so schön, dass sie momentan einfach immer hier drin ist. Weil die war echt eine Zeit lang so viel draußen, aber mittlerweile bleibt die immer drin und dann schläft die immer hier mal ins Bett. Ich seh die manchmal gar nicht, weil die so dunkel ist wie unser Bettwächer. Die ist so eine Genießerin, Leute. Ja. Oh, das ist der Punkt, das ist der Punkt. Oh ja. Oh. Oh, bist du müde? Bist du müde? Wir haben schon 17 Uhr oder 18 Uhr. Ich weiß gar nicht. Ich hab heute echt mal wieder ausgeschlafen. Das tat so gut. Ich ziehe es ja so in letzter Zeit eigentlich relativ gut durch, dass ich immer früh aufstehe, also immer so um sieben ungefähr, auch wenn ich jetzt irgendwie erst nachmittags arbeite, damit ich halt einfach was vom Vormittag habe, mehr schaffe und so und in diesen Rhythmus komme. Dass ich halt einfach immer um die gleiche Uhrzeit aufstehe und deswegen wie genau was früher ins Bett. Sind es halt immer nur so erst um eins oder so ins Bett gegangen. Mittlerweile schaffen wir es relativ gut so vor, zwölf schon im Bett zu liegen und eigentlich so fast zu schlafen. Aber dementsprechend tat es so gut, heute einfach mal mir keinen Wecker zu stellen. Und ja, jetzt hab ich den ganzen Tag irgendwie auf der Couch gechillt. Ich bin voll müde. Du bist so eine Diva. Warum gehst du genau in die Kamera? Ja, auf jeden Fall immer, ich merke halt, wenn ich länger schlafe, dann bin ich auch den ganzen Tag müder, als wenn ich früher aufstehe. Das ist ganz komisch. Das wollte ich nämlich noch erzählen. Fabel fährt morgen nach Italien alleine. Wir hatten uns eigentlich ursprünglich halt Urlaub genommen. Für April, ich hatte auch erst mal Urlaub, weil wir gedacht hätten, wir könnten in den Urlaub fahren. Aber so schnell, also wir hatten halt im Dezember den Urlaub eingereicht. Und so schnell haben wir jetzt gar nicht irgendwie Geld sparen können für den Urlaub oder so. Weil wir auch in Barcelona waren. Ey, Michi. Und ja, deswegen habe ich meinen Urlaub halt, also bei mir ist das halt relativ flexibel. Ich habe meinen Urlaub dann weggemacht. Aber Fabel ist halt nicht so flexibel. Und deswegen dachte der sich, boah, bevor ich jetzt hier rumhänge, fahre ich halt nach Italien, also fahre ich halt nach Italien zu einer Family. Und ja, da war gerade noch fahre ich mal hier, weil die mussten gucken, wie das mit dem Auto ist. Da mussten gucken, welches Auto er nimmt. Weil wir haben jetzt auch nicht mehr die neuesten Autos. Mussten wir gucken, welches am fahrtüchtigsten ist. Tja, ich habe dann eine Woche sturmfrei, Leute. Ich war noch nie in der Wohnung so lange alleine. Und Fabio, das ist schon krass. Aber irgendwie, also ich bin zwar traurig, dass er weg ist, weil am Dienstag haben wir auch unseren Jahrestag. Wir sind ja einfach vier Jahre zusammen. Das ist so krass. Und das ist halt dann auch weg. Oh ja, man kann das ja alles nachfeiern. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. Und irgendwie freue ich mich auch so ein bisschen mal an deinen Zellen zu gucken, wie es so ist. Nicht, dass ich nachher auf den Geschmack komme. Nein, Spaß. Nein, aber irgendwie mal so wirklich so voll unabhängig von jemand anderem den Tag so zu gestalten. Ich merke, dass ich mache das selber manchmal automatisch. Ich merke, wenn ich im Gym bin, dann würde ich vielleicht normalerweise eine Viertelstunde länger trainieren, wenn ich nicht wüsste, dass Fabio zu Hause auf mich wartet. So, wisst ihr, was ich meine? So Kleinigkeiten. Und ja, dann kann ich einfach den Tag gestalten, wie ich will. Ja, deswegen, heute wollten wir den Tag noch ein bisschen zu zweit nutzen, weil wir in letzter Zeit auch nicht so viel Zweisamkeit hatten. Deswegen wollten wir gleich irgendwie was Schönes essen gehen. Wir wissen noch nicht, wo. Einfach den Abend zusammen verbringen. Aber worauf ich mich auch richtig freue, also ich bin halt bis Donnerstag alleine. Fabio ist jetzt von Sonntag bis Sonntag weg. Und ich bin dann bis Donnerstag auf jeden Fall alleine. Aber am Freitag fahre ich nach Holland. Ich wollte erst einmal überlegen, alleine nach Holland zu fahren, weil ich war noch nie allein weg. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt so eigentlich fahre, dann. Weil normalerweise fahre ich ja immer mit Fabio dann Urlaub. Aber irgendwie war ich mir doch unsicher. Und dann habe ich einfach gedacht, komm, ich frage meine Schwester, ob die mit will, weil die hat halt Ferien. Und ich dachte mir, die freut sich bestimmt. Wir fahren auch wieder da, wo Fabio und ich damals waren. Und wo ich auch schon mit Anni und Judith war. Nach Den Haag, also in diesem Strand, wo dieses Riesenrad ist. Ich war noch nie mit meiner Schwester so alleine und vor allem nicht im Urlaub. Generell alleine als Erwachsene in dem Sinne. Richtig cool. Ich freue mich voll, dass meine Schwester mittlerweile so das Alter hat, wo ich auch mit ihr einfach wirklich Sachen machen kann, die uns beide interessieren. So, das ist halt voll cool. Das wollte ich erzählen. Ich nehme euch auch auf jeden Fall mit, wenn wir nach Holland fahren. Ich mache mich auf jeden Fall jetzt fertig, weil wir wollten so nach halben Stunden, Stunde ungefähr in die Stadt fahren. Meine Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen Tisch reserviert bei Die Ash. Ich war da noch nie tatsächlich. Da gibt es ja vor allem so Steak und da braucht so Burger und Tapas. Und wir fahren so ein 10 Minuten los. Ich habe ein Kleid an. So ein langes, sieht man das? Ja, schwarz Strumpfhose und ich glaube, ich ziehe wieder diese Stiefel an, die ich auch beim Moulin Rouge Theater anhatte. Den schwarzen Leder Trenchcoat von Naked, das habe ich eben mal so grob drüber geworfen, das ist eigentlich ganz gut aus. Wollte ich jetzt mal das Herbstbefüm benutzen, was ich bei Douglas bestellt hatte. Das habe ich nämlich bis jetzt noch nicht ausprobiert. So, Friends, wir sind jetzt in der Stadt. Ich bin ultra gespannt. Wir sind zum Glück pünktlich, wir haben direkt ein paar Platz davor erfasst bekommen. Ich war froh, dass wir heute noch eine Reservierung bekommen haben am Samstagabend. Fühlst du dich, dass du hier sitzt? Das ist so cringe, Leute. Leute, ich sage euch zum ersten Mal in meinem Leben, gebe ich gerade so viel Geld für dich. Nein. Doch. Ja, doch. Nein. Es ist eigentlich nicht so viel. Ja, es ist was Besonderes. Leute, ich fühle mich irgendwie als wäre, was ich möchte gern. Weißt du, was ich meine? So, wir tun da jetzt auch. Ja, das ist jetzt voll die Ausnahme, weil wir heute unser Date haben. Podcast läuft, Podcast läuft läuft. Das war ein Witz, ne? Ja, schon klar. Ich habe mir einen Wein geholt und wir haben jetzt als Vorspeisen so drei Tapas und Steak. Die Tapas sind eingetroffen. Leute, das Licht ist hier so dunkel, deswegen ist es so unscharf. I'm sorry. Wir haben so vegetarische Chicken-Chips genommen und irgendwelche Beef und Patatas-Farabas mit zwei Sohs. Also die Vorspeise war geisteskrank, oder? Also ich fand es sehr, sehr, sehr geil gewürzt. Und jetzt ist unsere Hauptspeise noch. Ich habe Rum-Steak genommen, Medium, mit Truffel-Mayo, Gemüse und Kartoffeln und Fabio hat Mais. Wir haben ja nicht genug gegessen, Freunde. Aber ein Dessert... Ich habe mir noch 34 Punkte, dann könnte ich mir den McFlurry-Duschgel holen. Riecht das dann nach McFlurry? Ey, das wäre so krass. Das ist so eklig. Können wir das ausprobieren? Auf gar keinen Fall. Das ist total eklig. Das ist ja das Lustige. Wir wollen uns ein Dessert bestellen, Friends. Ich habe Bock auf McFlurry. Ich nehme immer Doppelkaramein. Also ich sage, muss. Stopp, 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 ich muss doch gucken, welche Sorten es gibt. Wo sind die Sorten für McFlurry? Da. Oreo-Schokoladen sind Bounty. Wo siehst du das? Da, Zutaten nach Valje. Nach Sunday, dann... Ah! Mann. Du darfst vor der Kamera nicht küssen. Meine Mutter guckt das. Ich nehme... Ich küss dich auch vor deiner Mutter. Ich nehme Oreo und Doppelkaramein. Und du? Ich sehe ein bisschen komisch aus aus dieser Perspektive. Sieht jeder. Oh nein, warte. Wie viele Punkte hast du dann? Da habe ich 400 Punkte. Ist das kein gutes Zeichen, dass du schon so viele Punkte gesammelt hast? Ich hätte gerne zweimal McFlurry. Achso, ich habe noch meinen McDonalds-Code. Genau, zweimal McFlurry. Einmal mit Oreo und Doppelkaramell. Also zweimal Karamell. Einmal mit Oreo und zweimal Karamell. Genau. Zweimal mit Bounty und zweimal Schoko. Wie kriegst du denn jetzt dein Duschgel? Der hat sicher echt das Duschgel geholt. Warte. Einfach mit... Darf ich schließen? Ich will auch mit zartem Vanilleduft. Junge, was? Nicht zum Verzehrle geeignet. Steht's mir hier drauf? Das ist schaub. Wie riecht das? Ja, das riecht gar nicht nach. Das riecht nicht nach McFlurry. Also es riecht unnormal süß, voll eklig. Soll ich das ein bisschen rausnehmen? Nein, nein, nein. Doch ein bisschen. Hier ist ja durchsichtig. Ich riech nix. Ich riech einfach nix, wenn ich das in meine Nase tue. Ich riech irgendwie nach Zimt. Nach Zimt? Nach Weihnachten. Geil. Ja, wenn ich ja an den Duschgel. Okay, also der Max-Mitarbeiter hat auf jeden Fall verstanden, was mit Doppelkaramell. Oh mein Gott. Bounty ist neu, oder? Mhm, glaub schon. Alter. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir nicht uns verabschiedet heute Morgen. Er ist jetzt auf dem Weg gerade nach Italien. Er hat mich gerade angerufen. Er fährt jetzt gleich durch die Schweiz. Hat da noch kein Internet mehr. Ich fahre jetzt gleich zu meinen Eltern. Und mein Opa und Opa kommen da hin, gucken wir Fußball. Und dann fahre ich noch zu Anni. Und dann noch ins Gym. Und dann muss ich noch zu Hause ein bisschen arbeiten. It's a plan for today. Heute lasse ich die Kamera immer weg. Aber dann ab Montag nehme ich euch mit, wie es ist, alleine zu wohnen. Weil das kenne ich ja auch gar nicht, ne? Ja. Ich verabschiede mich an der Stelle jetzt auf jeden Fall von euch. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, falls ihr mir noch nicht folgt. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten und für euren Support. Ich habe euch alle ganz so lieb. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bye, bye. 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 Bis zum nächsten Mal.